Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Naturkosmetik. Ich denke, wir haben alle schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht und kennen schon die eine oder andere Marken. Heute möchte ich euch aber eine ganz, ganz kleine neue Marke bzw. Manufaktur vorstellen. Die ist jetzt erst seit Februar auf dem Markt und hat jetzt angefangen, die Fühler auszustrecken. Und ich freue mich sehr, dass ich hier ein Produktpaket zugeschickt bekommen habe und freue mich jetzt sehr, das unterstützen zu dürfen und euch die Produkte vorstellen zu dürfen. Die Gründerin von Flora Naturkosmetik ist die liebe Jasmin und sie hat in einjähriger Vorarbeit ihre kleine Manufaktur aufgebaut und hat da sehr viel Liebe und Herzblut reingesteckt. Und das merkt man auch in den Produkten, aber das seht ihr jetzt gleich. Aus dem Flyer kann ich euch noch vorlesen. Tue deiner Gesundheit etwas Gutes und schone dabei gleichzeitig die Umwelt. Das ist so das Credo des Ganzen. Und Jasmin kenne ich auch persönlich. Auf diesem Sessel, den ich hier so immer am Schminktisch stehen habe, ist sie auch schon gesessen bei einem Auftritt von unserem Chor. Und da bin ich im Chor gewesen und habe gesungen und sie war die Moderatorin des ganzen Abends. Das war richtig, richtig schön und da erinnere ich mich noch total gerne dran. Was jetzt noch weiter auf dem Flyer steht, die Kosmetikprodukte sind verpackt in plastikfreien Pfandbehältern aus Glas, Leinen und Blech. Und das habe ich irgendwie noch nie erlebt. Ich meine, ich kenne natürlich Naturkosmetikprodukte, die werden dann verschickt in Wegwerfbehältnissen. Und die Produkte von Jasmin werden wirklich verschickt in Behältnissen. Also das heißt in Glas, Leinen und Blech, was sie wieder zurücknimmt und wieder neu befüllen kann. Also das finde ich echt schön. Und das sind Pfandbehälter. Ein richtig schöner Hintergedanke. Und wenn man das zurückschicken möchte, also man kann es eben auch zurückbringen, wenn man in der Nähe wohnen sollte. Oder ansonsten kann man es zurückschicken und kann sich so eine Versandmarke anfordern. Bekommt man dann vergünstigt. Kann man auf der Homepage alles nachlesen. Finde ich einen total super Gedanke dahinter. Hergestellt mit Bio-Rohstoffen, ohne synthetische Farb, Duft und Konservierungsstoffe. Produziert in kleiner Stückzahl und von Hand. In ihrer Manufaktur in Oberschwaben. Und das hier ist ein Foto von Jasmin. Und ich packe euch natürlich alles unten rein in die Infobox. Also Zugang zur Homepage von Floro Naturkosmetik und auch zur Facebook-Seite. Und ich habe auch einen 10% Rabatt-Code für euch. Den blende ich euch ein. Und ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Aber jetzt schauen wir mal an, was die Jasmin mir geschickt hat. Wir beginnen mit den festen Produkten. Und in diesem kleinen, süßen Jutesäckchen war die feste Duschblume drin. Und so schaut sie aus. Ich lese euch jetzt ein paar Sachen dazu vor. Weil zu jedem Produkt gibt es hier noch so eine kleine Anleitung dazu. Wo dann drauf steht, die Inhaltsstoffe und was das Ganze machen soll. Und ein paar Tipps dazu, wie man das Ganze anwenden kann. Man kann die Duschblume so über den Körper reiben, bis es schäumt und sich dann so damit einreiben. Oder man kann das in der Hand aufschäumen und sich dann so damit einreiben. Oder man kann das Ganze auch in das Duschsäckchen packen. Das ist total spannend. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und hat dann die Seife im Duschsäckchen drin und kann das Ganze so einschäumen und hat dann gleichzeitig noch einen Peeling-Effekt. Richtig, richtig spannend. Und sie hat zu jeder festen Seife noch so ein kleines Lufa-Schwämmchen mitgeschickt. Und die Lufa-Schwämmchen, die kann man natürlich auch als Schwamm verwenden. Aber die sind natürlich auch super zur Seifenablage und zum Trocknen gedacht. Das heißt, wenn die ganze Seife dann nach dem Duschen richtig durchfeuchtet und nass ist, wird sie hier auf das Lufa-Schwämmchen gestellt und kann nicht nur von oben, sondern eben auch von unten schön antrocknen und wieder fest werden und dann bereit für den nächsten Einsatz. Ich habe jetzt hier die Duftrichtung Zitronengras. Und was hier auch total interessant ist, dass hier dann auch als Rasierseife verwendet werden, weil die dermaßen schonend zur Haut ist. Das ist richtig interessant, eben aufschäumen und auf die zu rasierende Hautpartie verteilen und dann danach rasieren. Gibt es auch in der Duftrichtung Lavendel oder Rosengeranie. Das zweite feste Produkt ist dieses Shampoo-Herz und das ist in der Duftrichtung Lavendel und Bergamotte. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Duftrichtungen. Das könnt ihr alles auf der Homepage finden. Und jetzt lese ich euch ein bisschen zu dem Shampoo-Herz vor. Mache deine Haare klitschnass und streiche mit dem Shampoo-Herz einige Male kräftig über den Kopf. Alternativ schäume das nasse Herz in der Hand auf und verteile den Schaum anschließend dem Haar. Also ich mache bei so festen Shampoos sowohl als auch. Also manchmal mache ich es in der Hand und manchmal mache ich es direkt auf den Kopf. Je nach Belieben. Und das kann man hier eben auch machen. Hier ist nochmal ein interessanter Hinweis. Falls du zuvor ein Shampoo mit Silikonen benutzt hast, kann es ein paar Haarwäschen dauern, bis das Shampoo seine volle Waschkraft zeigt. Wenn du das Shampoo vor dem Ausspülen kurz einwirken lässt, können die ätherischen Öle noch besser ihre Wirkung entfalten. Seit ich das Shampoo-Herz benutze, brauche ich kaum eine andere Haarpflege. Zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport gibt es bei Flora auch die passende Metalldose dazu. Also die könnte man noch separat, wenn man jetzt mal in Urlaub fährt oder so und das Ganze mitnehmen will. Ohne dass es zerdrückt wird, gibt es eben auch noch eine Metalldose. Ist auch praktisch. Zum Trocknen aber wieder auf das Lufa-Schwämmchen geben, damit es schön von allen Seiten trocken wird. Das Shampoo-Herz ist ein richtiges Shampoo in fester Form, keine Haarseife. Das sogenannte Baby-Tensit SCI hat eine hervorragende Reinigungswirkung und schäumt angenehm, unabhängig vom Härtegrad und pH-Wert des Wassers. SCI ist umweltfreundlich und besonders mit zur Haut. Shea Butter pflegt die Haut samtweich, Speisestärke sorgt für Stabilität, Vitamin E-Öl verlängert die Haltbarkeit. Außerdem werden ihm glättende und schützende Eigenschaften zugeschrieben. Ja, sehr, sehr interessant. Also sie erklärt auch noch ein bisschen die Inhaltsstoffe, was da drin ist. Und ja, das sind echt tolle Inhaltsstoffe drin, wirklich mit Shea Butter und so. Das reinigt natürlich dann das Haar und das pflegt es zugleich. Als nächstes möchte ich euch ein Hautpflegeöl zeigen, das sie mitgeschickt hat. Und das finde ich ja auch immer ganz spannend, weil eben Hautpflegeöle, wusste ich lange nicht, wie genau auftragen. Und super, sie hat da gleich hinten drauf geschrieben, wie das denn auch am besten funktioniert, nämlich auf feuchte Haut aufgeben. Und das ist oft der Fehler, den man macht. Und die Haut verträgt es dann nicht so gut, wenn man das auf trockene Haut aufgibt. Und ja, das ist natürlich praktisch für jemanden, wo ein bisschen Neuling vielleicht auf dem Gebiet ist, dann das gleich zu lesen. Wenige Tropfen in die Handfläche geben und ins angefeuchtete Gesicht einmassieren. Genauso sollte man das machen. Und das finde ich super. Und sie hat noch ein paar andere Tricks für dieses Öl. Zum Reinigen oder Abschminken auf ein angefeuchtetes Pad tropfen. Gegen Spliss wenige Tropfen verreiben und auf die Haarspitzen kneten. Also man kann es eben zum Abschminken verwenden, dann auf dem Pad drauf und runter mit dem Schmodder abends. Und man kann es eben auch in die Haarspitzen reinmachen, dann nach der Haarwäsche. Also ich mache das meistens dann ins angefeuchtete Haar noch oder eben auch ins trockene Haar. Je nachdem finde ich super, dass es so individuell einsetzbar ist. Und ich habe jetzt hier die Duftrichtung Lavendel und Rose. Ich denke mal, dass das wie bei den anderen Duftrichtungen auch nicht zu stark ist. Also ich rieche jetzt mehr Rose raus als Lavendel, aber es riecht sehr, sehr dezent. Ich denke, damit können alle was anfangen. Auch diejenigen, wo jetzt die Duftstoffe nicht unbedingt im Gesicht mögen, weil das wirklich sehr, sehr dezent ist. Und als ich das im Paket gesehen habe, war ich erst ein bisschen verwundert, weil ich das so in der Form gar nicht kenne. Das sind hier zwei rechteckige Döslein und da ist einmal Lippenbalsam drin und einmal Handbutter. Und das probieren wir jetzt zusammen aus. Der Lippenbalsam ist duftfrei und man kann den Deckel auch ganz abnehmen oder eben nur so halb und dann wieder drauf schieben. Das ist so ein richtig tolles System. Es gibt in dem Lippenbalsam nur drei Inhaltsstoffe und das ist Shea, Butter, Kokosöl und Bioland Bienenwachs. Das Ganze ist also nicht vegan, aber ich finde, das macht immer nichts, weil das Bienenwachs tut ja auch sein Gutes da drin. Und es ist richtig zart und es schmelzt natürlich, wenn man den Finger da rein macht. Jetzt ein bisschen mit der Körperwärme schmelzt das Ganze. Man merkt sofort, dass das Ganze gar nicht beduftet ist. Also es ist sehr, sehr natürlich und ich freue mich da riesig darüber. Das kommt bei mir auf jeden Fall auf den Nachttisch. Das nächste Produkt ist mit einem natürlichen Duft versehen und das ist eine Handbutter in der Duftrichtung Rose. Auch die schmelzt von der Körperwärme. Also man reibt ein bisschen durch und dann schmelzt das Ganze und dann kann man sich das dann auf die Hände auftragen. Eine Handbutter ist ja nicht wie jetzt eine Handcreme oder so, das sieht man in jetzt keinen weißen Film, sondern zieht einfach gleich schön in die Haut ein und macht sie seitig weich. In der Handbutter sind überwiegend enthalten Shea-Butter, Olivenöl, Bioland, Bienenwachs, Mandelöl, Rosen-Geranienöl und Rosenöl. Also sehr, sehr gute und hochwertige Inhaltsstoffe. Jetzt kommen wir noch zu den drei Gläschen und ich finde es auch richtig hochwertig, wie das daherkommt in den schönen Weckgläsern. Das hier ist ein Zahnputzpulver Pfefferminz. Auch hier gibt es wieder so einen kleinen Zettel dazu, auf dem die ganzen Hinweise und Inhaltsstoffe vermarkt sind. Gebrauchshinweise. Drücke deinen feuchten Zahnbürstenkopf in das Pulver und nehme so ein wenig davon auf. Alternativ kannst du das Pulver mit einem kleinen Löffel auf die Zahnbürste oder direkt in den Mund streuen. Wie gewohnt putzen. Für noch mehr Hygiene und Frische mit dem aufgelösten Mundwasserpulver von Floro nachspülen. Das Zahnpulver schäumt kaum. Also muss man natürlich wissen oder auch mögen, dass das Pulver nicht schäumt. Ich hatte schon diverse Zahncremes, Zahnpastas, wo nicht geschäumt haben und ich hatte kein Problem damit. Also ich hatte auch welche drin, wo dann so ein bisschen kreidig waren. Wahrscheinlich so wie das wahrscheinlich auch sein wird. Aber ich hatte da irgendwie kein Problem damit. Mir ist immer nur wichtig, dass ich so ein frisches Gefühl oder so einen frischen Geschmack im Mund habe dabei. Da gibt es verschiedene. Da haben nicht alle so einen frischen Geschmack. Und da das hier nach Pfefferminz schmeckt, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass mir das gefallen wird. Weil man einfach diese Frische dann im Mund hat und dieser Saubergefühl. In den Zahnpflegeprodukten befindet sich kein Fluorid, denn der Zusatzstoff ist höchst umstritten und für eine gute Mundhygiene nicht notwendig. Calcium-Carbonat remineralisiert die Zähne und löst Verunreinigungen. Xylit wirkt gegen Karies und remineralisiert den Zahnschmalz. Natron kann Verformungen lösen, neutralisiert Säuren und hemmt Bakterienwachstum. Pfefferminzöl sorgt für frischen Geschmack und gutem Atem. Super, ich freue mich schon sehr, sehr drauf, das auch zu testen. Das ist für mich so ein bisschen der Exot unter den Produkten, weil die anderen kennen wir schon eher. Und ein Zahnputzpulver, ja, da bin ich noch nicht so firm damit. Also ich habe schon einmal eins getestet, das ist aber schon wieder eine Weile her und deswegen bin ich jetzt auf das sehr, sehr gespannt. Das nächste Gefäß ist etwas größer und das hier ist eine Bodybutter gegen trockene Haut in der Duftrichtung Rose. Nimm die Bodybutter mit einem Spatel oder einem sauberen Finger aus dem Glas und massiere, sehen die Haut ein. Zurück bleibt ein seitig weiches Gefühl. Bitte sparsam verwenden, die Butter ist reichhaltig. Ich verwende die Bodybutter auch als Nachtcreme für meine trockene Gesichtshaut. Morgens ist die Haut babyzart. Die Fette und Öle können sich bei Wärme trennen, dann einfach mit einem desinfizierten Löffel oder einem Spatel gut umrühren. Shea Butter klettert und beruhigt trockene Haut. Kokosöl wirkt antibakteriell und macht die Haut geschmeidig. Mandelöl zieht in die tiefe Hautschichten ein. Olivenöl fördert die Elastizität und unterstützt das Bindegewebe. Vitamin E-Öl verlängert die Haltbarkeit. Außerdem wird ihm eine hautschützende Wirkung zugeschrieben. Probiere auch meine Bodybutter mit Lavendelduft oder duftfrei. Jetzt noch das letzte Produkt und auf das bin ich auch schon mega gespannt, das auszutesten. Das hier ist eine Deocreme mit Tonerde in der Duftrichtung Zitrone. Auch hier gibt es wieder einen Hinweis zur Verwendung. Nimm eine erbsengroße Menge Deocreme und verteile sie in der Achselhöhle. Die Creme schmilzt bei Hautkontakt und lässt sich so angenehm verteilen. Bei großer Hitze kann die Deocreme flüssig werden. In diesem Fall das Glas in den Kühlschrank stellen, sobald die Creme wieder ein wenig fester wird aus dem Kühlschrank nehmen und mit einem desinfizierten Löffel gut verrühren. Probiere auch die Deocreme mit Natron statt Tonerde. Also da gibt es verschiedene Varianten. Kokosöl pflegt die Haut, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Schea-Butter und Mandelöl pflegen die Haut geschmeidig. Tonerde bindet Schweiß und neutralisiert ihn. Stärkes sorgt für Stabilität. Zitrone für einen angenehmen frischen Duft. Nach der Anwendung direkte Sonne und Solarium-Besuche vermeiden. Inhaltsstoffe sind Kokosöl, Schea-Butter, Mandelöl, weiße Tonerde, Mais, starke, naturreines, ätherisches Öl der Zitrone. Ja, also auch wieder sehr, sehr wenige Inhaltsstoffe und je weniger Inhaltsstoffe, desto natürlicher meistens auch. Also ja, super, ich bin mega gespannt auf die Produkte. Auf dem Flyer gibt es auch noch einen Hinweis, was alles im Online-Shop bestellbar ist, nämlich Bodybutter für trockene oder normale Haut, Handbutter, Lip-Balsam, Hautpflegeöle für trockene, normale oder fettige Haut, Deocremes, festes Shampoo oder festes Duschgel, Zahnpulver, Mundwasserpulver, festes Handspülmittel und handgesiedete Naturseifen. Und ich denke auch, wenn man jetzt sich nicht sicher ist, welcher Hauttyp hat man oder wie geht es einem, welche Produkte passen nicht wirklich gut zu einem, Jasmin hilft da sicher gerne weiter und berät einen, weil so war es bei mir auch. Sie hat erst einmal gefragt, ja, welcher Hauttyp bist du? Welchen Kopfhauttypen hast du? Und so haben wir ein bisschen uns ausgetauscht. Also sie ist da auch sehr gerne bereit, Beratung zu übernehmen. Entweder dann eben, es ist auch hier eine Telefonnummer angegeben, eine E-Mail-Adresse, dann einfach anrufen, anschreiben. Und sie ist da sicher jederzeit bereit, in einen guten Aussausch zu gehen und euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. So ihr Lieben, das war's. Ich habe jetzt alle Produkte gezeigt, die Jasmin mir zur Verfügung gestellt hat. An der Stelle nochmal vielen Dank an dich, liebe Jasmin. Und euch kann ich nur raten, schaut in dem Shop vorbei und man mag die Liebe, die sie da reingesteckt hat. In jedem kleinen Detail einfach, wie sie es zugeknotet hat und verpackt hat schon alleine. Also da mag man einfach die Leidenschaft für die Produkte. Schaut gerne vorbei und wie gesagt, ihr habt einen Rabattcode mit 10%, den könnt ihr sehr, sehr gerne einlösen. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.